Hallo liebe Schüler, heute rechnen wir zusammen die Abschlussprüfung 2018 für Werk-Realschule in Baden-Württemberg, die Grundkenntnisaufgaben. Aufgabe 1 lautet, lösen Sie die Gleichung. Wir haben hier eine quadratische Gleichung, wichtig dabei, auf einer Seite muss 0 stehen, wir bringen also die 12x auf die linke Seite, indem wir minus 12x rechnen. Dann noch sortiert, vorne x hoch 2, dann x und dann die Zahl. Wer die ABC-Formel kennt, kann diese jetzt hier anwenden. Ich zeige euch, wie es mit der pq-Formel geht. Bei der pq-Formel ist wichtig, dass vor dem x hoch 2 kein Faktor steht, außer die 1, wir müssen also die 3 wegbekommen, indem wir durch 3 teilen. Obacht, ganz wichtig, jeden einzelnen durch 3 teilen. Also 3x hoch 2 geteilt durch 3 ist 1x hoch 2 und die 1 kann man weglassen, minus 12x geteilt durch 3 ist minus 4x und 6 geteilt durch 3 ist 2. Jetzt können wir die pq-Formel anwenden, die lautet wie folgt. Wir müssen jetzt p und q bestimmen. p ist immer die Zahl vor dem x, also hier minus 4, q ist immer die Zahl ohne x, hier die 2, setze ich für p minus 4 hier in die Formel ein und die 2 setze ich für q ein. Schaut wie folgt aus und jetzt kann ich berechnen. Minus und minus gibt plus, 4 geteilt durch 2 ist 2. Minus 4 durch 2 ist minus 2 und das Ganze quadriert ist plus 4. Das kann ich unter der Wurzel zusammenfassen. 4 minus 2 ist 2 und ich rechne jetzt einmal 2 plus die Wurzel von 2 ist ca. 3,4 und 2 minus die Wurzel von 2 ist ca. 0,6. Das kann ich noch in der Lösungsmenge der Größe nach angeben. Aufgabe 2. Lösen Sie das Gleichungssystem. Wir haben hier ein lineares Gleichungssystem, dazu können wir verschiedene Verfahren hernehmen. Ich möchte das Einsetzungsverfahren benutzen, dazu möchte ich eine der beiden Gleichungen nach y auflösen. Nehme die untere, bringe die minus 0,5x nach links, indem ich plus 0,5x rechne. Die erste Gleichung bleibt unverändert, die zweite habe ich verändert, deswegen dieser Strich hier, nämlich die 0,5x sind jetzt auf der linken Seite. Jetzt kann ich den y-Wert hier, das blaue, aus der 2-Engleichung hier oben in die erste einsetzen für y. Wichtig dabei, dass ich diesen Wert in Klammern setze und jetzt ganz normal ausmultiplizieren. 4 mal 6,5 ist 26, 4 mal 0,5x ist 2x. Ich möchte jetzt, dass die Zahlen auf eine Seite kommen. Ich bringe also die minus 22 auf die linke Seite, indem ich plus 22 rechne. 26 plus 22 ist 48, 2x bleibt, 8x bleibt auch. Jetzt bringe ich die 2x auf die rechte Seite, indem ich minus 2x rechne. 8x minus 2x sind 6x und jetzt möchte ich, dass x alleine steht. Ich muss also durch den Faktor vor dem x teilen, also auf beiden Seiten geteilt durch 6. 48 durch 6 ist 8, mein x-Wert ist also 8. Diesen x-Wert kann ich jetzt in jede Gleichung hier einsetzen. Ich nehme mal die erste her. Hier für x setze ich eben jetzt 8 ein. Schaut dann wie folgt aus. 4y ist gleich 8 mal 8 minus 22. Berechnen, 8 mal 8 ist 64 minus 22 ist 42. Wir wollen, dass y alleine steht, also teilen wir durch die 4 vor dem y auf beiden Seiten. 42 geteilt durch 4 ist 10,5. Jetzt habe ich meine beiden x- und y-Werte und diese kann ich noch in der Lösungsmenge angeben. Aufgabe 3. Berechnen Sie die Höhe h. Der Trick hierbei ist, dass wir die Höhe h hier nach rechts verschieben, dass ein rechtwinkliges Dreieck entsteht. Schaut wie folgt aus. Und wir haben jetzt hier ein rechtwinkliges Dreieck. Die rote Seite hier ist 1,41 Meter lang, denn von hier bis dahin sind es 4,52 Meter. Die komplette untere Seite ist 5,93 Meter lang, das heißt 4,52 Meter, dann fehlen noch 1,41 Meter, um eben auf 5,93 Meter zu kommen. Jetzt haben wir ein rechtwinkliges Dreieck. Wir kennen einen Winkel, eine Seite, also können wir die andere Seite berechnen. Dazu, von diesem Winkel aus gesehen ist das die Genkathete und das hier die Ankathete. Wir brauchen also den Tangens. Tangens von 52 Grad ist Genkathete h durch Ankathete 1,41 Meter. Wir wollen, dass h alleine steht, also müssen wir die 1,41 Meter auf die linke Seite bringen. Hier steht eigentlich geteilt durch 1,41 Meter, also machen wir auf beiden Seiten das Gegenteil, mal 1,41 Meter. Berechnen also Tangens von 52 Grad mal 1,41 Meter ergibt eine Höhe von ca. 1,80 Meter. Aufgabe 4. Ein Basketball für den Profibereich hat ein Volumen von 7238,23 cm³. Berechnen Sie den Durchmesser des Balls, betrachten Sie den Ball als Kugel. Wir kennen also das Volumen. Jetzt brauchen wir die Volumenformel der Kugel, die lautet 4 Drittel mal p mal r hoch 3. Für v setzen wir diese Zahl hier ein. Wir wollen, dass der Radius irgendwann alleine steht, also müssen wir die 4 Drittel auf die linke Seite bringen. Hier steht ein Malpunkt, also machen wir das Gegenteil, geteilt durch 4 Drittel. Diese Zahl geteilt durch 4 Drittel ergibt diese Zahl. Jetzt wollen wir das Pi auf die linke Seite bringen. Auch hier wieder ein Malpunkt, wir machen das Gegenteil, geteilt durch Pi. Diese Zahl geteilt durch Pi ergibt 1728 cm³. Wir wollen das hoch 3 wegbekommen, also müssen wir die dritte Wurzel ziehen. Die dritte Wurzel von 1728 ist 12 und das hoch 3 und die dritte Wurzel hebt sich auf. Es bleibt als Einheit cm³ übrig, ist ja auch logisch beim Radius. Jetzt Obacht, wir brauchen den Durchmesser. Wir wissen, der Durchmesser ist zweimal der Radius, also zweimal 12 cm. Damit ist der Durchmesser 24 cm. Aufgabe 5. Berechnen Sie die Strecke AC. AB ist 1,20 m, das ist diese hier. AD ist 80 cm, das ist diese hier. CE ist 96 cm, das ist diese hier. Und die Strecken AD und CE sind parallel, das sind diese beiden hier. Wir wollen AC berechnen. AC bekomme ich raus, indem ich AB plus BC rechne. AB kenne ich, das ist 1,20 m, BC muss ich noch berechnen. Dazu kann ich die Strahlensätze bzw. 4 Streckensätze benutzen. Schaut euch meine Playlist dazu an. Es geht wie folgt. BC, das lange Geradenstück, durch das kurze Geradenstück, ist wie das lange Parallelenstück, durch das kurze Parallelenstück. Setzen wir ein. Für AB 1,20 m, für CE 96 cm, für AD 80 cm. Ich möchte, dass BC alleine steht, also muss ich die 1,20 m auf die rechte Seite bringen. Hier steht eigentlich geteilt durch 1,20 m, also mache ich das Gegenteil, auf beiden Seiten mal 1,20 m. Das hier jetzt, weil 1,20 m ergibt für BC 1,44 m. Das kann ich hier oben einsetzen. Für AB setze ich ein 1,20 m, für BC setze ich ein 1,44 m. Und zusammen addiert ergibt das 2,64 m. Aufgabe 6. Ein Vollgummiball wird in einer Höhe von 1,2 m fallen gelassen. Nach jedem Aufball verringert sich die Sprunghöhe um 15%. Berechnen Sie die Sprunghöhe des Balls nach dem 12. Aufprall. Zuerst, was gegeben ist. W0, mein Startwert, also mein Wert nach dem 0. Aufprall, ist 1,2 m Höhe. N ist die Anzahl, wir sollen den 12. Aufprall berechnen. Und Q ist der Faktor. Es verringert sich um 15%, das heißt 100% minus 15% sind 85%. Und das ist geschrieben als 0,85, also das Komma um zwei Stellen nach links verschoben. Meine Formel lautet Wn ist gleich W0 mal Q hoch N. Jetzt setze ich ein, für N 12 eingesetzt, für W0 1,2 m, für Q 0,85, und für N nochmal 12. Jetzt gebe ich das in den Taschenrechner ein. Und mein Wert nach dem 12. Aufprall ist ca. 0,17 m. Also hat der Ball eine Sprunghöhe von ca. 17 cm. Aufgabe 7. Die Parabel y ist gleich x minus 1 in Klammern hoch 2 minus 3, wird um 5 Längeneinheiten nach links verschoben. Bestimmen Sie die Funktionsgleichung der verschobenen Parabel. Schauen wir uns diese Parabel erstmal gezeichnet an. Schaut wie folgt aus. So, der Wert in der Klammer gibt immer an, um wie viel es auf der x-Achse verschoben ist, allerdings mit umgekehrten Vorzeilen. Hier steht minus 1, sie wurde aber plus 1 auf der x-Achse verschoben. Soll die Parabel um 5 Längeneinheiten nach links verschoben werden? Wir müssen also 1, 2, 3, 4, 5, bis zum x-Wert minus 4 gehen. Wir brauchen jetzt das Gegenteil in der Klammer. Also in der Klammer steht jetzt plus 4. Und so schaut auch dann die Parabel aus. Dazu empfehle ich euch nochmal meine Playlist Quadratische Funktionen. Aufgabe 8. Geben Sie an, welches der Angebote A bis D im Diagramm dargestellt ist. Hier sind die Angebote A, B, C und D. Also schauen wir uns das Diagramm an. B kann es nicht sein, da die Halbgerade ja bei 110 Euro beginnt. A kann es auch nicht sein, sonst würde die Halbgerade immer bei 110 Euro sein, sie steigt allerdings. Also bleibt nur noch C oder D übrig. Schauen wir uns das Ganze an, wenn wir 10 Kilowattstunden verbrauchen. Dann würden wir anstatt 110 Euro fast 111 Euro zahlen, also fast 1 Euro mehr. Rechnen wir mal 10 Kilowattstunden Verbrauch. Bei Aufgabe C muss ich mal 10 Kilowattstunden rechnen, dann verschiebt sich das Komma um eine Stelle nach rechts, muss also 85 Cent dazu zahlen. Bei D rechne ich auch mal 10 Kilowattstunden, das Komma verschiebt sich auch eine Stelle nach rechts, ich müsste 5,70 Euro dazu zahlen. Also kann es D nicht sein, sondern C, da ich ja knapp 1 Euro mehr zahlen muss. Aufgabe 9 In einem Beutel befinden sich 36 1 Euro Münzen. 17 Münzen haben die deutsche Prägung, 13 die französische Prägung, die restlichen die spanische Prägung. Zwei Münzen werden nacheinander ohne Hinschauen und ohne Zurücklegen gezogen. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass keine Münze mit deutscher Prägung gezogen wird. Beim ersten Ziehen, es gibt 19 Münzen mit nichtdeutscher Prägung von insgesamt 36 Münzen. Die Wahrscheinlichkeit für nichtdeutsch ist also 19 von 36. Beim zweiten Ziehen, es gibt nur noch 18 Münzen, denn eine Münze habe ich ja gerade gezogen, mit nichtdeutscher Prägung von insgesamt nur noch 35 Münzen. Die Wahrscheinlichkeit hier für nichtdeutsch ist also 18 von 35. Jetzt brauchen wir die erste Pfadregel, die Wahrscheinlichkeit für nichtdeutsch und nichtdeutsch ist beide Wahrscheinlichkeiten zusammen multipliziert. 19 mal 18 ist 32. 36 mal 35 sind 1260. Kürzt ist das 19 siebzigstel oder 0,271 und das sind 27,1%. Letzte Aufgabe, Aufgabe 10. Der Landtag in Baden-Württemberg setzt sich aus 143 Abgeordneten zusammen. Davon sind 47 Abgeordnete von den Grünen, 42 von der CDU, 21 von der AfD, 19 von der SPD, 12 von der FDP-DVP und 2 Abgeordnete sind fraktionslos. Wählen Sie das zutreffende Diagramm aus und begründen Sie Ihre Entscheidung. Beginnen wir mit den Grünen, die haben die meisten Abgeordneten. Bei allen drei Diagrammen haben Sie die meisten, das stimmt. Als nächstes kommt die CDU. Die haben bei A und C die meisten, Diagramm B kann es also schon mal nicht sein. Jetzt gibt es noch zwei fraktionslose Abgeordnete, die kommen bei Diagramm A vor, bei Diagramm C nicht, also kann es C auch nicht sein und damit ist es Diagramm A. Hat euch mein Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an Klassenkameraden und Freunde weiterempfehlen würdet. Bis bald!